Hallihallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge Fallout 4. In der letzten Folge hatte ich die Hauptquestreihe der Stiller und den Bruderschaft abgeschlossen, indem ich den Reaktor des Instituts gesprengt habe und damit das Institut von der Bildfläche habe verschwinden lassen quasi und jetzt mache ich hier weiter mit der Institutsquestreihe, welche im ersten Ansatz genau die gleiche ist, denn ich soll hier genauso den Reaktorraum finden und... Jetzt bin ich bis ganz runtergefallen. Ich soll hier genauso den Reaktorraum finden und hier, da wir das ja alles schon mal gemacht haben, mache ich hier mal einen Fast Run quasi und verziehe mich einfach vor dem Gemetzel und den Beryllium-Beschleuniger beschaffen, wieder einmal, nur diesmal halt für das Institut und nicht für die Stiller eine Bruderschaft. So, demzufolge. Was für eine Gefahr betrifft mich jetzt hier? Gerade nix. Hier ging es nicht nach oben. Oh, hallo. Könnte ich den reaktivieren? Ja, könnte ich, rein theoretisch. Sollte ich das? Vielleicht wird es dann später einfacher für mich, wenn ich das, wenn ich die Roboter-Metzel her... Sends. Oh, easy. Einheit aktivieren. Aktivierung Protektron zu Diensten. Aktivierung Protektron zu Diensten. Sehr schön. Meiner! Ganz allein mein Protektron! So, jetzt geht das hier wieder los mit der scheiß Strahlung. Was ziemlich ätzend ist, Hilfsmittel. Red X, nee. Ich habe leider auch nichts, dass meine Radioaktivität noch weiter verringert. Aber naja, gut. So ist das halt einfach. Noch ein Red X reinhauen. Dann gebe ich jetzt ein... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Dann gebe ich jetzt einfach Gas. Wie ist denn das, wenn ich einen Red Away einnehme? Geht das weg? Kann ich ja demzufolge auch immer so machen. Bis es wieder steigt. Dann nehme ich den ja an mich. Und bin ja wieder raus. Und nehme noch einen Red Away. Ich freue mich meines Lebens. Ich nehme die Dekontamination. Wieder. Und verstecke mich dann jetzt hier an der Ecke. Dekontaminierung abgeschlossen. Jawohl. Da ist er, der Wachroboter. Große. Und jetzt nehme ich das Buffjet. Und dann geht's ab. Jet, jet, Buffjet. Wenn die Waffe nur dabei nicht hin und her wackeln würde. Und er geht jetzt noch hoch in einer riesengroßen Explosion. Porträtprotektrohn. Porträtprotektrohn. Jetzt kommen da noch die... Die anderen Viecher hier. Die... Na, wie heißen sie? Genau, die. Aggressothrohn. Oh, bin ich ja... Etwa gefangen? Oh, fuck. Das gefällt mir gar nicht. Äh, yo. Wee. Aua. Was ist jetzt mit deinem Beamstrahl? Ist das eine Meise, oder was? So, haben wir jetzt einen Armwäden schon? Ne, aber ne, komisch. So, das war's aber jetzt für dich, du blöder Aggressothrohn. Wow, du da oben hast mir echt geholfen. Meine Güte. Redix wirkt nicht mehr. Gut, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Boah. Boah. Irgendwie mache ich denen nicht viel Schaden, habe ich so das Gefühl. Habe ich nicht irgendwas noch zum Werfen oder so? Waffe, Splittergranate zum Beispiel. Fang. So, viel einfacher. Und dann geht's jetzt wieder nach oben und dann habe ich denn schon den Kern. Das war jetzt quasi ein Speedrun auf den Berylliumbeschleuniger. Ein bisschen schneller als das letzte Mal, aber wie gesagt, das hatten wir ja alles schon mal. Deswegen brauche ich das ja nicht unbedingt nochmal machen. Jetzt ist hier aber noch das große Gemetzel am Start. Der Ritter der Bruderschaft. Und da kann ich rein theoretisch auch einfach gehen, oder? Ab in den Finanzbezirk und dann kann ich schnell wegreisen. Schnell wegreisen, weil Schnecke die Schnecke... Schnecke wellreisen, jawoll. So, dann kann ich mit Ali Filmur quatschen. Ja, sicher machen wir das. Ali, wo bist du? Ich will mit dir reden. Ali Filmur. Da, 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 da. Dr. Brainwash. Ja, muss ich. Komm, wir jetzt hier am Ende nachher, oder was? AdWords Systems. AdWords Systems. La, la, la. Äh, Ellie Fillmore, da ist sie ja. Das Institut ist groß. Es wird etwas dauern, bis du weißt, wo sich alles befindet. Dr. Fillmore. Nun, wie ich sehe, hast du es allein geschafft. Ich will nicht lügen. Ich hatte so meine Zweifel, dass du es schaffst. Das war wohl unbegründet. Ich bringe den Beschleuniger dorthin, wo er hingehört. Ich glaube, Vater hat schon eine neue Aufgabe für dich. Lass ihn lieber nicht warten. Abgeschlossen. Moss Fusion. Das gibt ja auch wieder Fett-EP. Und die neue Aufgabe ist... Festgenagelt. Sprich mit Vater. Okay. Sprechen wir mit Vater. Dum dum. Gerne. Person identifiziert. Z-Z-Z-Z. Häufiger ausgeruht. Komm, wir haben viele dieser Fragen. Interessant. Irgendwelche konstigen Schmerzen oder Probleme? Nicht, das ist... Verstehe. Wie sieht es mit deinen Kräften aus? Ich wünsche, dass du dich erschöpft hast. Nicht mehr, als man es bei einem Mann meines Alters erwarten würde. Interessant. Ja. Danke, Doktor. Ich denke... Total interessant. Ich denke, wir sind jetzt... Ich muss zugeben, die Gen-3-Sents sind schon was Besonderes. Okay. Hi, Papa. Du wolltest mich sprechen? Papa. Mein Sohn. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, war Mass Fusion ein Erfolg. Trotz der Einmischung der stellernen Bruderschaft. Joa, ich hab alles im Griff gehabt. Gut mit Ihnen klargekommen. Technologie im ganzen Commonwealth und vermutlich auch darüber hinaus. Außerdem sollte beachtet werden, dass es Bedenken im Institut gab, was deine Loyalitäten angeht. Ich habe natürlich nie an deinem Einsatz für unsere Sache gezweifelt. Aber durch diese direkte Konfrontation mit der Bruderschaft dürften auch viele andere beruhigt sein. Ich bin stolz auf dich. Wie dem auch sei, die Bruderschaft ist ein zukünftiges Problem. Und wir müssen uns jetzt auf die Gegenwart konzentrieren. Und schau mich nur an. Ich plappere wie ein alter Mann. Ich vergeude Zeit. Du wirst anderswo dringend gebraucht. Und wo? Ich kümmere mich drum. Was immer es ist, ich kümmere mich darum. Das hoffe ich doch sehr. Diese Situation geht in gewisser Weise auf dein Konto. Auch wenn du sie nicht absichtlich herbeigeführt hast. Was ist denn passiert? Wenn ich etwas getan habe, das das Institut in Gefahr gebracht hat, bringe ich es auch wieder in Ordnung. Versprochen. Daran zweifle ich nicht. Aber zum Glück ist es nicht so ernst. Während du Dr. Fillmore geholfen hast, wurde ein zweites Team losgeschickt, um jemanden aus dem Commonwealth ins Institut einzuladen. Offenbar gab es Verständigungsprobleme. Und die Person hat um Hilfe gerufen, die in Form deiner Minutemen auch kam. Soweit ich weiß, sind bisher keine Schüsse gefallen. Ich will, dass das so bleibt. Ich möchte, dass du dich dorthin begibst und mit den Minutemen draußen redest. Bestehe darauf, dass sie sich zurückhalten. Dr. Peter Tharmson ist vor Ort und wird deine Kontaktperson sein. Ich weiß, dass du diese Situation entschärfen kannst. Es ist von größter Bedeutung, dass diese Person sofort ins Institut gebracht wird. Vielleicht hilft mir der May Karras mal ein bisschen. Sie werden auf mich hören. Karras? Mir wird schon was einfallen. Du kannst das als erledigt ansehen. Glaub mir, das tue ich schon. Gut, man erreiche das Haus. Was für Haus? Wo müssen wir denn hin? Da. Dann fahren wir da hin. Fliegen, besser gesagt. Reisen. Ich weiß auch nicht. Schnell reisen. Was ist denn das? Gut, okay. Wenn ich aus dem Institut reise, ist es Transmittern. Aber ansonsten. Dann wollen wir mal vermitteln. Mit einer Pistole in der Hand lässt sich am besten verhandeln. Was hat der hier auf Kotswurfs? Mr. Handy. Da heißt er nur bei uns Kotswurfs. Was ist denn das für eine Bahnschiene? Wenn die wirklich mal den Berg runter der Zug hätte niemals bremsen können. Hallo, hallo. General? Was ist hier los? Oh, das ist eine unerwartete Überraschung. Wir könnten etwas Unterstützung gebrauchen. Diese Institutsschweine werden uns nicht entkommen. Sie müssen an uns vorbei, wenn sie da raus wollen. Wir wissen nicht genau, womit wir es zu tun haben. Aber es ist gut, dass du hier bist, um zu helfen. Wie hast du von der Sache gehört? Ähm. Was kommt denn hier? Ich glaube, du weißt nicht, was hier los ist. Die Situation ist kompliziert. Oh, ich weiß ganz genau, was hier los ist. Diese Arschlöcher glauben, sie können jeden entführen, wann immer es ihnen passt. Aber heute nicht. Nicht, solange wir hier sind. Also, wie willst du das angehen? Wir haben daran gedacht, sie rauszulocken. Da sind sie leichter zu töten. Aber dann ist uns aufgefallen, dass wir den Laden vermutlich stürmen sollten, damit sie nicht verschwinden können. Klingt sinnvoll, oder? Also, willst du den Angriff anführen? Angreifen, Stellung halten, Bürger wegtreten. Niemand macht irgendwas. Sag deinen Leuten, sie sollen sich zurückhalten. Ich... Soll das ein Witz sein? Wenn wir nicht sofort was tun, werden sie den armen Mann mitnehmen, wo auch immer sie hingehen. Auf jeden Fall werden wir versagsamen. Schon wieder. Wirst du jetzt den Angriffsbefehl geben, oder nicht? Diese ganze Sache ist nur ein Missverständnis. Ein Missverständnis? Jawohl. Na, da bin ich aber mal gespannt. Erzähl mal, wieso ist das nur ein Missverständnis? Das ist keine Gefahr. Zusammenarbeiten. Das Institut will das Gleiche wie du. Wir können einen Weg finden, zusammenzuarbeiten. Nein, auf keinen Fall. Nicht, nachdem sie uns jahrelang entführt, getötet und durch verdammte Roboter ersetzt haben. Wir gehen da jetzt rein. Und wenn du uns nicht helfen willst, dann komm uns verdammt nochmal nicht in die Quere. Schalte die Gegner aus. Was zum... Oh. Wenn du den jetzt nicht so ganz erwischt. Bing. Bing. Kannst du überhaupt was? Wo kommt denn ihr her? Bitte senken Sie Ihre Waffe. Piu. So. Easy peasy. Dann gehen wir hier rein. Gut, Grey Garden. Warum hat denn auch der scheiß Überredungsversuch nicht funktioniert? Das ist zum Kotzen immer wieder dasselbe. Wenn es wichtig ist, dann funktioniert es nicht. Hallo, hallo. Gott sei Dank bist du hier. Ich hatte schon Sorge, dass uns die Sache hier über dem Kopf wächst. Alles ist erledigt. Du bist in Sicherheit. Gut. Gut. Es war schlimm genug, dass Wallace anfing, uns Probleme zu machen. Aber dann hat er diese... Diese Wilden zur Hilfe gerufen. Getan, was sie für richtig hielten. Die Minute Men haben nur getan, was sie für richtig hielten. Für mich sah es aus, als wollten sie Blut sehen. Und wenn du nicht eingegriffen hättest, wäre es auch soweit gekommen. Können wir das bitte zu Ende bringen? Ich weiß, dass er möglicherweise für Phase 3 wichtig sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, uns in Gefahr zu bringen. Ja, bla bla bla. Wenn er für das Institut wirklich wichtig ist, dann lohnt es sich. Ich schätze, du hast recht. Ich weiß, dass sie schon seit Jahren beobachten. Keine Ahnung, wie sie ursprünglich auf ihn gekommen sind. Das will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Aber nachdem sie gemerkt haben, wie schlau er ist und was für eine Hilfe er bei Phase 3 sein könnte, haben sie ihn sehr genau überwacht. Ich glaube, sie haben ihm sogar von Zeit zu Zeit wissenschaftliches Material zukommen lassen, um zu sehen, wie gut er ist. Du weißt schon, um ihn zu testen, um zu sehen, ob er für das Institut geeignet ist, holen wir Wallace einfach und verschwinden hier. Los geht's. Soll mir recht sein. Gehen wir. Okay. Es, ähm... Nun, es gibt da nur ein kleines Problem. Ach. Er will nicht mit uns kommen. Ich hab mir gedacht, vielleicht könntest du ja mal mit ihm reden. Klar, kein Problem. Ich bin sicher, ich kann ihn überzeugen. Vielleicht klappt ja meine Überredung bei dem. Wir brauchen ihn wirklich. Der ist jetzt wo? Wallace, ich bin hier, um mit dir zu reden. Äh, du bist auch einer von... von denen, oder? Ein Roboter? Bitte, bleib ganz ruhig. Mach mal das nicht so. Ich weiß, das ist eine ungewöhnliche Situation. Nein, du bist hier, um mich zu entführen. Das macht ihr Leute doch, oder? Wenn ihr überhaupt Leute seid. Ich hab all die Geschichten gehört. Ich weiß genau, was Leuten passiert, wenn das Institut auftaucht. Aber mir wird das nicht passieren. Hey, beruhig dich einfach, okay? Ich will nur mit dir reden. Gut, okay. Was willst du von mir? Ich brauche deine Hilfe. Das Institut braucht deine Hilfe, Wallace. So einfach ist das. Meine Hilfe? Wo... wobei denn? Das Institut steht vor einem ingenieurtechnischen Problem, bei dem deine wissenschaftlichen Kenntnisse weiterhelfen könnten. Im Gegenzug für deine Hilfe würdest du Zugang zu einer Forschungseinrichtung erhalten, die moderner als alles ist, was du dir vorstellen kannst. Jeder Forschungsbereich, an dem du dich versuchen willst. Alles ist dort möglich. Das kann ich dir versprechen. Und du wärst auf eine Weise geschützt, die es nirgendwo sonst gibt. Eine bessere Welt. Du würdest uns helfen, eine bessere Welt zu schaffen. Oh ja! Das... das hört sich gut an. Okay, in Ordnung. Ich komme mit. Ich freue mich für dich zu arbeiten, zukünftiger Direktor. Oh, okay. Ich glaube, wir haben das jetzt im Griff. Danke. Ich meine, danke für die Unterstützung. Gern doch. Hey, ich bin hier, um zu helfen. Gern geschehen. Ich meine es wirklich ernst. Ich schulde dir was. Wir sehen uns im Institut. Ich weiß doch gar nicht mehr, wer das ist. Ich habe sein Gesicht nicht mal gesehen. Festgenagelt. Nein, ich will dich. Doch, klar, komm. Aber warum denn? Ich habe Angst. Ach, Quatsch. Passiert schon nichts. Aber, aber. Ich habe so schlimme Sachen gehört über das Institut. Ach, wir sind ganz nett. Wir wollen nur die Welt retten. Ach ja. Reisen wir ins Institut und reden mit Vater. Also meinem Sohn. Das ist absoluter Käse. Der Vater ist mein Sohn. Und deine Mutti ist mein Opa. So. Gucken wir mal, was er zu erzählen hat. Festgenagelt. Da bist du ja. Hallo. Ich kann nicht ausdrücken, wie erfreut ich bin. Unser neuer Gast macht sich mit seiner Umgebung vertraut und hat schon mehrere Ineffizienzen in unseren Methoden entdeckt. Mit deiner Hilfe wird Phase 3 bald bereit sein. Was ist denn diese Phase 3, bitte? Ja, ich helfe doch gern. Ich helfe dem Institut gern. Hoffen wir, dass es sich auch auszahlt. Daran besteht momentan kein Zweifel. Wir werden es schaffen. Jawohl! Du musst noch eine Aufgabe übernehmen. Und ich glaube, sie wird dir gefallen. Wir sollten dem Commonwealth mitteilen, dass wir da sind und es auffordern, uns nicht in die Quere zu kommen. Das solltest du übernehmen. Wollen leben rennen? Eine gute Idee. Hoffentlich können wir Gewalt verhindern und Leben retten. Ja, das ist dein Ziel. Und wenn du der neue Direktor des Instituts sein willst, solltest du das übernehmen. Wir haben einige Sätze vorbereitet. Wenn du fertig bist, übertragen wir sie an das gesamte Commonwealth. dann nutze das Mikrofon und halte dich an dieses Skript. Ganz einfach. Du schaffst das schon. Zeichne die Rede auf. Na dann. Was erzähl ich denn mal? Seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt. Dass wir unter euch sind. Das stimmt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind... an der Macht, um zu helfen. ...da, um zu helfen. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor, um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert. Um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Die möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer... sinnlosen Anstrengungen. Wir haben ja nicht eine Existenz in persönlichen Freiheiten und technischen Aufgaben. persönlichen Freiheit. Wir wollen nur, dass er euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das... Tragedie für alle. Eure Auslösung. Drastische Nasen haben unnötige Schwierigkeiten. Unnötige Schwierigkeiten für uns alle. Seid beruhigt. Denn die Zukunft... Nicht unter Kontrolle. Untergrund sieht rosig aus. Ist sicher. Ist sicher. Und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Aufblühen. Sprich mit Vater. Tja, das war... interessant. So hatten wir es uns nicht gedacht. Aber die Aussage dürfte bestimmt rüberkommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jeder es hört. Hältest du Lust auf einen kleinen Ausflug nach Diamond City? Na klar, frische Luft ist doch immer was. Ich könnte frische Luft vertragen. Für mich. Tramant gesagt. Aber die Luft dort wird alles andere als frisch sein. Den Radiosender in Diamond City hören viele im Commonwealth. Wenn die Leute hören sollen, was wir zu sagen haben, können wir sie so am besten erreichen. Bevor wir die Sendung übernehmen, müssen wir für eine maximale Übertragungsreichweite sorgen. Mir wurde versichert, dass die nötigen Teile vor Ort sind. Du musst sie nur installieren, um die Sendestärke zu erhöhen. Melde dich, wenn du fertig bist. Bis dahin müssten wir bereit sein. Konfiguriere den Sender neu. Okay, müssen wir erst mal nach Diamond City reisen. Und dann? Tja, dann sieht es auch schon fast so aus, als wäre die Folge vorbei. Wir können aber auch ganz fix, wir können bestimmt noch schnell irgendwas umkonfigurieren. Ein bisschen Zeit bleiben, noch ein paar Sekunden quasi, wenn ich denn den Weg finden sollte. Hier hinter. Ah, hier ist die Radiostation. Okay. Sehr hübsch. Schön. Diamond City Radio. Radio. Hallo. Hallo. Nehmen. Okay, versuchen wir das. Ähm... Kommt das vielleicht hierhin? Okay, rein damit. Ne, scheinbar nicht. diese Radiostation. Dann... Das Ding mit den Drehschaltern installieren. Ah ja. Bumm. So, hat funktioniert, oder? Fünf grüne Lichter. Also... Und jetzt? Dort, sprich mit Vater. Wow. Ich dachte, ich soll jetzt noch die... Achso, ich kann von hier aus nicht schnell reisen. Klar, macht Sinn. Ich dachte, dass... Na? Sag schon. Ich muss jetzt noch die Aufnahme einsprechen, oder so. Also... Na, ihr wisst schon, was ich meine. ich komme gerade nicht. Ich kann gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Wo ist denn Vater? Wieso ist denn der hier? Sean? Warum bist du hier? Noch weiter. Okay. Okay. Hm. Wo ist er? Wo ist er? Beim Reaktor? Was macht er denn da? Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? So, wir machen den jetzt an, hier quasi. Wie war der Ausflug in die Großstadt? Alles erledigt? Hast du den Sender modifiziert? Jo, alles geschafft. Er ist bereit, wenn wir es sind. Gut. Wenn der Reaktor in Betrieb ist, schalten wir uns in die Übertragung ein. Ich überlasse dir die Ehre. Auf diesen Moment, meine Freunde, haben wir alle... Jawohl, dann aktivieren wir den Reaktor. Ja, ist die Zeit gekommen, den Reaktor endlich zu starten. Die Reaktor und ich sind unglaublich stolz auf das, was wir geleistet haben und freuen uns darauf, in Zukunft noch Größeres zu leisten. Reaktor-Status. Reaktor-Stat-Sequenz einladen. Das war's. Hoffnung der Menschheit. Danke. Danke euch allen. Dankeschön. Hallo, Sohn. Es ist kaum zu glauben. Nach all dem abhafter Arbeit sind wir da. Wir sind angekommen. Sieh dir an, was du ermöglicht hast. Das war gute Arbeit. Geil. Ja, das war es. Es gibt noch mehr Arbeit, bevor die Zukunft des Instituts gesichert ist. Das Direktorat hat eine Besprechung zum weiteren Vorgehen eingerufen. Du solltest als neuer Direktor daran teilnehmen. Gut. Dann nehmen wir in der nächsten Folge an der Direktorsitzung teil. Jetzt sind wir erst mal fertig. Wir haben uns schon wieder ein bisschen überzogen und deswegen, ja, ich wollte aber noch den Reaktor anschalten. Und der funkelt so cool blau. Meine Fresse, wie fett sich das aussieht. Ich bin froh, dass du hier bist. Gut, schön, dass ihr reingeschaut habt und in der nächsten Folge schauen wir, wann es weitergeht mit dem Institut hier. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.